Hallo zusammen, ich bin Sebastian vom Technik Loft und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um dieses Gerät hier. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Das ist die Pixel Watch 2. Denn nachdem meine Erfahrungen mit Android Wear, Smartwatches in den letzten Jahren alle relativ enttäuschend waren und die Uhren mich nie wirklich überzeugen konnten, habe ich mir gedacht, jetzt wo du das Pixel 9 Pro XL hast, ist es eigentlich mal einer Zeit, eine Pixel Watch zu testen. Am liebsten hätte ich natürlich die Pixel Watch 3 getestet, aber dadurch, dass die momentan fast 400 Euro kostet, war mir das für ein kleines Experiment erstmal zu teuer. Und dementsprechend habe ich mir hier die Pixel Watch 2 bei Ebay Kleinanzeigen besorgt, habe tatsächlich für die Pixel Watch 2, sechs Monate alt, 110 Euro bezahlt. Da habe ich dann gedacht, okay, das ist für ein Experiment mal nicht zu viel. Und muss sagen, jetzt so nach der ersten Woche der Nutzung bin ich ziemlich happy damit. Größter Kritikpunkt ist tatsächlich, dass Denise diese Uhr furchtbar hässlich findet und immer sagt, dass das so ein Krankenhaus-Notfallband ist oder dass das so aussieht. Ich muss sagen, vor allem mit diesem Watchface, was ich hier habe, ich hoffe mal, dass ich das aufwecken kann, finde ich, sieht die Uhr ziemlich geil aus, aber das ist natürlich dann auch im Zweifel Geschmackssache. Wobei ich sagen muss, ja, für mein Handgelenk ist sie klein und vor allem das Display ist auch ziemlich klein, um Benachrichtigungen anzuzeigen. Das heißt, da ist Google auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen mit der Pixel Watch 3, dass es die jetzt in unterschiedlichen Größen gibt, die Displayränder kleiner geworden sind. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist die Pixel Watch 2 schon eine extrem positive Überraschung. Denn ich muss gestehen, ich war einer der größten Hater, als die Pixel Watch 1 und 2 auf den Markt kamen, weil einfach die Displayränder unfassbar groß sind. Aber eine Sache, die ich jetzt wieder gelernt habe, Schande auf mein Haupt, in der Nutzung fällt es nicht so auf, wie wenn man es einfach auf Pressebildern sieht. Vor allem dadurch, dass das Glas gebogen ist und je nachdem, was man für ein Watchface hat, ist es total irrelevant, wie groß der Displayrand ist. Und es fällt deutlich weniger auf, als beispielsweise bei einer Galaxy Watch, wo der Displayrand oder der Displayrahmen dann wirklich aus Metall besteht. Dadurch, dass hier alles einfach nur Glas ist, was ins Gehäuse reinfließt, ja, sieht man das eben nicht. Und tatsächlich ist es einfach nur so, dass ich finde, auf meinem Handgelenk sieht die halt relativ klein aus. Und da würde ich mir, sage ich mal, halt einfach eine größere Version wünschen. Aber die gibt es ja mit der 3er in, ich glaube, 45 Millimetern. Und dass das Display halt sehr klein ist wegen der Benachrichtigung. Aber sonst muss ich sagen, bin ich extrem positiv überrascht von der Pixel Watch. Und zuletzt hatte ich eine TicWatch 3 Pro, die ich einerseits cool fand, da sie eben dieses Dual-Layer-Display hat mit diesem Always-On, ja, Casio-like Analog-Display. Allerdings hatte man dadurch, sage ich mal, immer so eine Hürde und es hat immer ein bisschen gedauert, bis man das normale Display aufgeweckt hat. Und das war so von der Nutzung nicht wirklich schön. Und da muss ich sagen, ist die Pixel Watch deutlich besser. Das heißt, wenn ihr jetzt auch mal eine andere Android-Rare-Smartwatch hattet und da nicht so richtig happy mit war, gebt mal der Pixel Watch, egal welche Generation, einfach eine Chance. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr da auch positiv überrascht seid. Und eine positive Sache daran, dass, sage ich mal, die Uhr klein ist, ist einfach, dass sie beim Schlafen beispielsweise deutlich angenehmer zu tragen ist als meine Apple Watch Series 10, die ich vor ein paar Wochen gekauft habe. Auch hier liegt sie. Denn das ist, sage ich mal, von der Größe her schon nochmal eine ganz andere, ja, Liga. Und da muss ich echt sagen, bin ich ziemlich happy mit, dass man das beim Schlaf deutlich angenehmer tragen kann. Vor allem, ich bin jemand, der liegt auch relativ viel auf seinen Armen. Und das ist mit der Apple Watch 10 nicht wirklich angenehm, auch wenn sie schmaler geworden ist oder dünner geworden ist. Mit der Pixel Watch 2 geht das ziemlich gut. Sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, ich nutze die Smartwatch generell, oder eine Smartwatch, egal von welchem Hersteller, nicht wirklich viel, um Läufe zu tracken oder sonst irgendwas, irgendwelche Workouts, sondern für mich ist es einfach nur, ja, eine Uhr, die dann auch ab und zu mal Benachrichtigungen anzeigen kann. Und den Job erlegt sie hervorragend. Google Pay oder Google Wallet konnte ich noch nicht so richtig ausprobieren, da es leider von meiner Bank nicht unterstützt wird. Das ist wieder ein Vorteil bei der Apple Watch. Ja, und das war es erstmal. Also ich muss sagen, sehr positiv überrascht. Und wenn ihr immer mal überlegt habt, euch eine Pixel Watch zu holen, der Preisverfall ist extrem. Die Pixel Watch 1 kriegt ihr schon unter 100 Euro. Die Pixel Watch 2 manchmal hier so für 100, 10, 120, wenn ihr Glück habt bei Kleinanzeigen. Und damit könnt ihr auf jeden Fall nicht viel falsch machen.